Au! Es gibt kein Holz mit Herz. Doch! Wenn du in die Schule gehen würdest... Ich gehe nicht in die Schule! Warum nicht? Weil... 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 Immerhin bin ich Pipetto! Der Beste in der Klasse! Ich bin ein Idol! Alle schauen zu mir auf! Bewunder mich! Hoch lebe Pipetto, der Anführer! Ja, Hoch lebe Pipetto, der Anführer! Führer? Ja, genau! Ich bin der Anführer und du meine Marionette! Deine was? Ich werde dich an Fäden führen und allen erzählen, dass du meine selbstgemachte Marionette bist! Weil du der Anführer bist! Genau! Weil ich der Anführer bin! Auf in die Schule! Auf in die Schule mit Pipetto, meinem Anführer! Wir sind der Fluch! Kann man denn gar nichts gegen diesen Fluch unternehmen? Du müsstest anfangen zu lernen und ich aufhören zu lügen! Ich bin derald! Ja! Ich bin der Fluch! Vielen Dank.